Heute gibt es eine Herbstquiche mit Kürbis und Wiersing. Ich weiß, das sieht gefährlich aus, wenn Lucky das Messer in der Hand hat, aber er liebt es mitzumachen und wenn ich da bei seiner Hand halt führe, ist es sicherer, als wenn er mir irgendwie zwischendrin versucht reinzugreifen. Vielleicht kennt ihr das auch, aber heute ist man wieder so Tag, wo ich viel zu lange mit Lucky auf dem Kühlplatz gewesen bin. Es war so schön und zack, sind wir einfach eine 3, 4 Stunde zu spät nach Hause gegangen. Das passiert uns leider viel zu oft und so kommt es dann vor, dass Lucky quasi vorm Abendessen schon Brotzeit macht, weil er dann so müde ist, dass er das Abendessen nicht mehr packt und ich ihn schon ins Bett bringen muss. So, ihr kennt das Spiel. Ich mache weiter und der Kollege geht ins Bett. Spoiler alert, ich habe keinen Plan, was ich tun kann. Das sieht aus, als wäre es fertig. Klappt man sich den Rand um. Das ist das Endprodukt und das kommt jetzt in den Ofen. Meine Arbeit ist getan, Marzellum schmeckt. Ich kann es nicht mit Ei übergossen. Aber man kann es natürlich trotzdem essen.